Reden wir mal vom Riesling. Der Riesling ist die Königin der Weißweintrauben, sagen die Winzer. Warum? Weil er wirklich edel sein kann. Der Riesling war aber nicht immer edel. Es gibt sogar vor 250 Jahren Belege, da steht drin, im Rheingau hat man drei Sorten Trauben. Das ist Elbling, das ist der gute, dann gibt es den Heunisch, das ist der mittlere und der ganz schlechte, den nennen sie da Riesling. Ist das nicht frustrierend für alle Riesling-Winzer? Aber woran hat es gelegen? Es hat daran gelegen, dass man damals die Trauben ganz früh, schon im August, Anfang September vom Stock gerissen hat. Die waren noch gar nicht reif, die Rieslinge. Aber da kamen dann die Stare, haben sie weggefressen. Oder die Fäulnis kam und hat die Trauben zerstört, das mochten die Winzer nicht. Also haben sie sie unreif geerntet und leider war es dann die schlechteste aller Sorten. Denn der Riesling braucht richtig Zeit, um toll zu werden. Er braucht eine ganz lange Reife. Und die hat er eigentlich nur in den nördlichen Anbaugebieten. Deswegen ist Riesling bei uns im Norden von Rheinland-Pfalz vor allen Dingen so gerne zu Hause. Und deswegen kann er da so toll werden. Er braucht ein bisschen Leid. Er muss ein bisschen Trockenheit haben. Er muss ein bisschen steinige Erde haben. Lieber nicht so einen tollen Boden, der ihn wachsen lässt, sondern ein ganz dürftiger, steiniger Boden, der ihm was abverlangt. Dann bringt er richtig tolle Trauben. Der Riesling transportiert den Boden unheimlich gut. Das heißt, je nachdem, wo er steht, ob auf Schiefer oder auf Sandstein, auf Parfüm, hat er unterschiedliche Aromen. Und die Wissenschaftler erzählen uns, das ist kein Schmonzes, das ist nicht irgendwas Ausgedachtes, sondern das können sogar Laien nachvollziehen. Die können es zwar nicht so richtig beschreiben und die können das auch nicht genau wiedergeben, aber sie können den Unterschied schmecken. Das kann man in Studien zeigen. Das finde ich immer wieder beachtlich. Und es zeigt auch, dass jeder Mensch das Vermögen hat, wirklich tolle Weine zu unterscheiden. Er muss sich nur mal ein bisschen darauf konzentrieren. Also bitte Konzentration. Riesling ist in Deutschland in praktisch allen Anbaugebieten zu Hause. Ist eine Rebsorte, von der nicht ganz genau klar ist, wo sie herkommt. Wahrscheinlich irgendwann in den Grauen des Mittelalters entstanden, aus Vorläufer-Sorten. So zum ersten Mal richtig erwähnt ist der Riesling so um 1350 im Elsass worden, vorher nicht. Und auch danach waren Riesling-Weinberge nichts Normales. Nur am Schloss Johannesberg, da ist schon im 18. Jahrhundert ein reiner Riesling-Weinberg angelegt worden. Sonst gab es überhaupt keine reinsortigen Weinberge früher. Da hat sich keiner die Mühe gemacht. Die Stöcke sind eine Sorte neben der anderen in den Weinberg gestellt worden. Und erst ganz visionäre Menschen, Menschen, die Weitblick hatten, die haben erkannt, Menschen dieser Riesling, aus dem könnte man was machen, wenn man ihn alleine lässt und wenn man ihn ordentlich behandelt. Und das waren Leute, die dann erst im Grunde im 19. Jahrhundert und dann vor allen Dingen im 20. Jahrhundert den Ruf des deutschen Rieslings so richtig kreiert haben. Noch vor 100 Jahren war in jeder Riesling-Flasche locker ein Drittel Silvaner drin oder sonst irgendeine andere Rebe, um ihn ein bisschen sanfter zu machen, um den Riesling nicht so sauer wirken zu lassen. Das war normal. Das war auch erlaubt im Weingesetz. So diese reinsortigen Weine, wie wir sie heute haben, einen puren, unverfälschten Riesling, das ist was ganz Junges. Das gibt es noch nicht seit 100 Jahren. Das muss man sich vorstellen. Also auch im Wein gibt es jede Menge Entwicklungen und schon gar beim Riesling. Der hat, wir haben hier ein paar, das ist Mosel, das ist Rheinhessen, das ist Rheingau. Der Riesling hat über lange Jahrzehnte einfach darunter gelitten, dass man ihn auch noch nicht hat richtig reif werden lassen. Und der profitiert unglaublich von diesem Klimawandel, der dazu führt, dass die Traube richtig, richtig reif wird und dann tolle Produkte abwirft. Ich habe mal ein Bild vom Riesling, das was demonstriert, nämlich wie eine reife, eine normal reife Riesling-Traube aussieht. Das ist so etwa dieses, da fängt es an langsam mit der Reife. Man sieht ganz kleine Beeren, das heißt immer viel Aroma. Dicke, fette Beeren essen sich zwar gut, haben aber wenig Aroma. Kleine Beeren, viel Aroma. Dann dieser zarte, grün-goldene, später dann goldene und dann braun-goldene Schimmer. Das sind dann reife Trauben, physiologisch reife Trauben. Die haben nicht nur genug Zucker, sondern bei denen sind auch die Stoffe, die unreif wirken, weg. Die verlieren sich nämlich mit der Zeit in der Reife. Aber das dauert eben unglaublich lange. Und jetzt zeige ich was ganz Ekelhaftes. Und zwar einen Riesling, aus dem man Trockenbeeren auslesen macht oder Beeren auslesen. Die nobelsten aller Rieslinge. Zucker, süß und wundervoll im Aroma. So sehen die Trauben dafür aus. Dazu muss Botrytis cinera, ein Pilz, über die Trauben sich hermachen und sie zerstören. Dann läuft das ganze Wasser raus und es bleibt nur Aroma, nur Zucker übrig. Und dann entstehen die allerfeinsten aller Rieslinge. Das kann man nicht jeden Tag trinken. Da ist mir auch ein trockener Kabinett oder eine trockene Spätlese lieber. Aber diese Trockenbeeren auslesen, da zeigt der Riesling alles, was er an Finesse hat. Das sind Weine. Da trinkt man einen Schluck von und denkt noch fünf Minuten später, man hätte den Maul voll mit Wein. Da sind Weine.